Vor wenigen Tagen ist mit Builders of Grease ein spannender Anno-Klon in den Early Access gestartet, welcher für ausgehungerte City-Builder-Fans genau das Richtige sein könnte. Daher alles zum Titel, kurz und knapp, in dieser Zocker-Launch-Preview. Builders of Grease sieht nicht nur auf den ersten Blick wie ein Anno-Titel aus, sondern spielt sich im Prinzip auch ganz ähnlich, weswegen sich Veteranen hier schnell zurechtfinden sollten. Im Spiel ist es eure Aufgabe, ein antiker griechischer Herrscher zu werden und ein Reich in Wohlstand und Ruhm zu führen. Bei der Errichtung eures Stadtstaates müsst ihr euch außerdem mit den umgebenden Siedlungen auseinandersetzen und entweder auf Diplomatie oder militärische Dominanz setzen. Die erste Early Access Version beinhaltet dafür einen Sandbox-Modus, in dem ihr einfach drauf losbauen dürft, ähnlich dem Endlos-Modus aus Anno oder alternativ über eine Variante mit auswählbaren Szenarien, der quasi eine Story dazu erzählt. Als Kniff will Builders of Grease, euch neben dem City-Builder-Part, mit Zufallsereignissen wie Wetterwechsel, sich ändertem Handel sowie Politik und einem RTS-artigen Kriegssystem fordern, welches aktuell aber noch nicht final integriert wurde. Der Titel konnte dabei vorab bereits eine gute Fanbase aufbauen und lag bis zum Release in den Wishlist-Charts unter den Top 200 bei knapp über 16.000 Followern. Wenn ihr mit Anno allgemein was anfangen könnt, das griechisches Setting mögt und aktuell auf der Suche nach neuem Futter seid, könnte sich ein Blick lohnen. Zumal der Titel aktuell bei Steam für sehr faire 14,27 Euro angeboten wird. Allerdings sei ja auch erwähnt, dass die ersten Steam-Reviews zum Titel eher durchwachsen sind, da das Spiel aktuell noch einer Backhölle zugleichen scheint. Aber Griechenland wurde ja bekanntlich nicht an einem Tag erbaut oder so ähnlich. Das Spiel ist ja auch erwähnt, dass die erste Steam-Reviews zum Titel.